Dieses Five Nights at Freddy's Remake musst du unbedingt gesehen haben. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Glaubt mir einfach. Glaubt mir einfach. Bei mir ist es gerade ziemlich laut. Eine kleine Idee, aber das war bei mir jetzt gerade arg laut. Ha, wo man kann boopen. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das hier an. Das sieht sehr nice aus. Wenn ihr auch FNAF Remakes mögt, gerne abonnieren und ein Video teilen. Könnt ihr sagen, ich habe das auch schon mal aufgenommen. Aber egal, dann sieht man es halt nochmal. Ah, ich glaube, ich habe das schon mal aufgenommen. Kann sein. Kann möglich sein. Kann aber auch nicht. Wenn ja, dann sieht es das halt auch mal. Ne? Weil cool. Das ist einfach so, weil cool. Ne, aber das ist echt stark. So. Kann man den FNAF ausmachen? Nö, kann man nicht ausmachen. Bup, 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 bup. Hallo? Wo sind die? Er nimmt schon nichts. Blub, 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 blub. Ah, wir haben schon ein Uhr. Lol. Was auch cool ist, die Jumpscares sind ziemlich cool aus in dem Spiel. Und ja, es ist Roblox. Wenn man das nicht vorher schon gesehen hat, irgendeiner Art und Weise. Ja, vielleicht dieses Roblox-Logo oben links in der Ecke, maybe? Loll, wir wingen sie ja gar nicht. Ach, lol. Ah, so. Maximum Stromverbrauch hier. Aber sowas von. Dass mir das alles glätzt ab und dustet ist, weißt du? Macht das überhaupt viel Strom weg? Nö, nicht wirklich. Nö. Wäre ja lustig, wenn es hier mehr Strom verbraucht hätte, wenn ich einfach die ganzen Bildschirme hier angemacht hätte. Aber nö, anscheinend nicht. Aber warte mal. Wenn dann schon. Jeden. So, jetzt haben wir jeden einzelnen möglichen Bildschirm an. Ja, jeden einzelnen. Perfekt. Da kommt ja gar keiner rüber. Immer noch eine Uhr. Immer noch Arsch. Das ist ja... Ha! Ist es. Ja, schon seit Freddy, weißt du? Let's party. Ja, party hard in the office. Und drehen wir immer nur nach links. Drehen wir nach rechts. Wir haben es zwei Uhr. Drehen wir nach links. Macht Licht an, Licht aus. Rechts. Licht an, Licht aus. Tür zu, Tür auf. Kamera. Ja, ne? Spannung pur hier. In der ersten Nacht. Aber das ist immer die erste Nacht. Die erste Nacht ist immer die gräbigste. Ne. Kann man halt nichts machen. Irgendwann gibt es mal einen Remix dazu. Mit der FNAF-Melodie. Ja. Ja. Aber nicht von mir. Hallo? Hallo? Eigentlich kann ich die ganze Zeit... ...mich zurücklehnen. Ich kann die Augen schließen. Irgendwann ist es dann sechs Uhr. Die zweite Nacht fängt an. Davor kommt Faxi hergerannt und Jumpscap mich, weil ich nicht aufpasse. Ne. Was willst du machen jetzt? Was willst du hier machen? Ja, was willst du tun? Nichts, weil ja niemand auf dem Weg ist. Aber null. Und die Nächte habe ich das Gefühl, wir gehen dreimal so lang. Was jetzt prinzipiell nicht schlecht ist. Ach so, das war schon. Ihr habt dachte, ich schaue rechts. Dann schaue ich da mal nach links. Okay. Ah, drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. Duh, 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 duh. Oh, okay. Das sieht krank aus. Wie die alle mich da mit den Leuchten in der Augen anschauen. Auch das Endoskeleton. Außer der Freddy da rechts. Der, der schaut nicht so. Aber die anderen. Ich schaue mich alle an. Die ganzen Chica-Köpfe, die Barney-Köpfe und Endo. Werden wir, ich zurück... Nee, nee, okay. Das bleibt tatsächlich. Uh. Vielleicht denken Sie, der volle Idiot hat da die ganzen Lichter hier an. Also die ganzen Monotory hier an. Spinnen der. Ah, siehst. Jetzt schauen Sie wieder weg. Ah, nee. Okay. Freddy. Ach, der hat mich doch nicht angeschaut. Nee, der hat mich nicht angelotzt. Der hat mich angelotzt. Aber der hat auch die Augen offen gehabt. Der kollegische. Ansonsten. Nacht 1 ist... Ruhe. Ah, ich mag's, wenn die Nachtschicht ruhig ist. Weißt? Nicht viel zu tun. Zurücklehnen. Machen wir doch mal kurz die Moniteuer aus. Zwar nett. Aber ja. Licht aus. Waffen. Bis 6 Uhr. Und dann hochgehen. Bast. Nee. Jetzt hab ich grad gedacht. Jetzt hab ich auf dem Endo geklickt. Jetzt hat es grad ge... Oh! Dass er sich bewegt hat. Aber Bonnie ist tatsächlich on the way. On the way. Das ist der way. Dann kommt noch mal von links. Weil Bonnie. Nur weil Bonnie. Nee. Ja, ne? Oh, Chica ist auch weg. Oh, Leute. Und Chica ist auch weg. Und Waxi schaut mich an. Wir haben's. Die erste Nacht. Will ich mal so sagen. Nein. Wir haben's die erste Nacht. Du bleibst da drin. Alter! Wie schnell! Also sollte ich 1C auch im Blick behalten. Und Chica sollte ich im Blick behalten. Ja. Oh, oh. Okay. Alter. Okay, das sieht gut aus. Äb, 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 äb. Äb, 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 äb. Wie? Seid ihr jetzt schon da? Nö. Nö. Einfach nö. Nö. Das war nicht so abgesprochen. Das war nicht so abgesprochen, dass ihr in der ersten Nacht herkommt. Nein. Eula. Nein. Absolut nein. Das erlaube ich euch nicht. Das ist verboten. Verboten ist das, sage ich euch. Will ich nicht. Das machen wir nicht so. Nein. Will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Hä? Jetzt wollen sie es aber alle wissen. Was? Wie? Golden Freddy in der ersten Nacht? Wie in der ersten Nacht haucht Golden Freddy auf? Nein. Erlaube ich euch nicht. Okay, ist weg. Oh ja. Das erlaube ich euch nicht, ey. Das war gerade ein bisschen zu viel. Auf einmal. Okay. Wir beruhigen uns für diesen Moment. Das erlaube ich euch nicht. Weiß nicht, wo Cheek-Ace ist. Aber ich glaube, Cheek-Ace ist weiter weg. Wie kann die jetzt schon eigentlich da sein, ey? Voll wie kein Foxy? Okay, ja, im Original von der 5 kann er aktiv werden. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber es ist prinzipiell möglich. Yay, Nacht 1 abgeschlossen. Perfekt. Schauen wir uns gleich nur noch 2 an. Wenn wir schon dabei sind. Okay, das ist schon geil gemacht. Vor allem der Blick von Foxy war schon ziemlich, ziemlich cool. Und deshalb hier... Ähm, 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 ähm. Ich will nicht sagen, aber das Endoskeleton ist nicht mehr da. Nichts, hallo, hallo. Nichts, hallo. Wo ist Endoskeleton? Muss ich jetzt darauf auch aufpassen? Ach, lol. Hä? Also, entweder... Das Endoskeleton wurde am Anfang von der Nacht so dicht reingeladen. Oder keine Ahnung. Ich konnte es mir jetzt gerade nicht erklären. Barney ist auf dem Weg. Schön. Alle sind auf dem Weg hier. Ja, eigentlich nicht. Ich will es gerade nur überdramatisieren. Wisst ihr? Nur überdramatisieren, das Ganze. Alter! Wie der schon schaut. Chica ist doch, glaube ich, auch schon auf dem Weg. Nö. Und Freddy ist erst ab Nacht 3. Wenn sie der Originalvorlage treu bleiben, dann kommt Freddy erst ab der dritten Nacht in mein Office. Was war das? War das jetzt im Thingamajig? Na, Aufnahme? Oder war das jetzt irgendwo in der Location? Ich wusste es doch nicht. Ich scanne zu langsam durch die Gegend. Wenn ich mal schauen kann, ich Golden Freddy triggern? Wäre lustig, wenn das möglich wäre. Der ist schon immer noch da. Das wäre echt lustig, wenn ich den triggern könnte. Achso! Oh, wir haben... Dinge, welchen... Kabums da draußen. Gewitter. Mir ist keinem, wie das Wort nicht eingefallen. Ja, Kabums. Äh, ja. Ihr wisst Bescheid. Hi. Wäre mal interessant, wie das ausschaut. Sonst kommt, glaube ich, gerade keiner her. Ah, Volker! Alter! Dieser Effekt gerade kurz. Diese kleine... Kleiner Effekt. Ja. Greifst du mich an? Hallo? Greifst du mich an? Ich stehe hier? Hallo? Wir haben nur vier Stunden, Barney. Mach was oder hau ab. Also von nebenher. Wir haben drei Stunden. Alter! Alter! Boah, das sah cool aus. Okay, die Jumpscares in dem Spiel sind nice. Ja, anscheinend sollte auch ein FNAF 2 Remake auch noch kommen. Aber das war richtig nice. Es sieht nicht schlecht aus. Spielt sich gut. Die Jumpscares sind, finde ich, viel, viel besser als im Original. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Macht's gut. Jungs ist heute geschmord. Untertitelung des ZDF, 2020